Die Dachöffnung ermöglicht eine noch effektivere Belüftung des Innenraums. Bei hohen Außentemperaturen und zur schnellen Durchlüftung kann zusätzlich die Dachklappe, bei den beiden langen Fahrerhäusern das elektrisch betätigte Schiebedach, geöffnet werden. Auf Wunsch verhindert ein Insektenschutzrollo, dass lästige Insekten oder Schmutz durch das Schiebedach ins Fahrerhaus gelangen. www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv